Kannst du gut Entscheidungen treffen? Ich sage dir heute meine Top-Hilfen, mit denen ich sofort Entscheidungen treffen kann. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach, Gründer des VIP7-Jahres-Clubs und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Warum fällt es vielen Menschen so schwer, Entscheidungen zu treffen? Das hat viel mit unserer grundlegenden Angst vor Veränderung zu tun. Vieles im Außen ändert sich und dann wollen wir gerne, dass es wenigstens in uns gleich bleibt. Aber frag dich kritisch, willst du so bleiben, wie du jetzt bist? Wenn nicht, dann musst du etwas ändern. Und Veränderungen beginnen immer mit Entscheidungen. Das muss uns klar sein. Grundsätzlich können wir uns immer an zwei Zeiten orientieren, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen. An der Vergangenheit oder an der Zukunft. Und wenn wir uns an der Vergangenheit orientieren, dann neigen wir dazu, alles so lassen zu wollen, wie es ist. Wenn wir uns an der Zukunft orientieren, dann fällt es uns leichter, loszulassen. Grundsätzlich müssen wir uns also entweder von unserer Sicherheit trennen, das ist die Vergangenheit, oder von der Möglichkeit, dass wir uns unsere Träume erfüllen. Lass uns heute überlegen, wie du schnell Entscheidungen treffen kannst und vor allem Entscheidungen treffen kannst, die dir entsprechen. Übrigens gibt es keine falschen oder richtigen Entscheidungen. Beispiel. Angenommen, du hast dich entschieden oder du willst dich entscheiden, ob du einen Urlaub am Meer machst oder ob du in die Berge fährst. Und dann wählst du die Berge, weil es dort aber regnet, und zwar heftig regnet, ununterbrochen regnet, und die ganzen zehn Tage, die du da bist, da sagst du, ah, falsche Entscheidung. Die meisten Menschen würden sagen, ja, da habe ich die falsche Entscheidung getroffen. Stimmt das? Nicht unbedingt. Du weißt ja nicht, was dir am Meer widerfahren wäre. Vielleicht hättest du da eine schwere Lebensmittelvergiftung gehabt, du hättest die ganze Zeit im Bett gelegen. Und vielleicht hättest du in den Bergen, bei dem ganzen Regen, deinen Traumpartner kennengelernt. Und sofort relativiert sich die ursprüngliche Einschätzung. Du sagst dann nicht mehr, ich habe die falsche Entscheidung getroffen, Berge. Die ganze Wahrheit ist, wir werden nie genau wissen, ob wir besser gefahren wären, wenn wir uns anders entschieden hätten. Eben weil wir ja nicht wissen, wie unser Leben dann verlaufen wäre. Und darum sage ich, wenn du eine Zeit lang nachgedacht hast, ist jede Entscheidung besser als gar keine. Es gibt drei Formen von Entscheidungen. Manchmal treffen wir einfach leichte Entscheidungen, oft am Tag. Dann gibt es mittelschwere Entscheidungen und es gibt schwere Entscheidungen, richtig schwere. Überlegen wir jetzt im ersten Teil, wie du leichte Entscheidungen treffen kannst und wie du sie am besten treffen kannst. Fangen wir mit einer leichten Entscheidung an. Du weißt zum Beispiel nicht, was du essen sollst, was du anziehen sollst. Bestimmter Event, was soll ich mir jetzt anziehen? Oder ob du einen Ausflug machen sollst oder ob du besser zu Hause bleibst. Hier sind meine beiden besten Möglichkeiten, wie du schnell eine leichte Entscheidung treffen kannst. Die erste Entscheidungshilfe, du hörst auf deinen Bauch. Du kannst dazu tatsächlich eine oder zwei Hände auf deinen Solaplexus legen und du kannst dir einfach vorstellen, während du die Hand auf dem Solaplexus hast, dass du das oder das machst und achtest dann darauf, wie sich dein Körper verhält. Zum Beispiel achtest du darauf, wird der Bauch weiter und leichter. Und dann stellst du dir die andere Entscheidungsmöglichkeit vor. Also die eine ist, du machst einen Ausflug, die andere, du bleibst zu Hause. Jetzt stellst du dir vor, dass du zu Hause bleibst. Du hast wieder die Hand auf dem Solaplexus und überlegst oder beobachtest, wie verhält sich dein Körper. Wenn sich also dein Körper enger macht, zusammenzieht, dann ist es eher ein Zeichen, dass du das nicht tun solltest. Wenn er sich locker macht, ganz locker weitet, die Atmung ganz von alleine einatmest, dann ist es ein Zeichen, dass du es tun solltest. Wenn du das ein bisschen trainierst, kannst du innerhalb von zehn Sekunden ganz genau wissen, was für dich gut ist. Denn die Weisheit in deinem Inneren, die ist viel klüger als dein Intellekt. Die nächste Möglichkeit, eine leichte Entscheidung zu treffen, ist, du gibst den Alternativen ganz spontan eine Note von 1 bis 10. Für beide Wahlmöglichkeiten. Ich nenne das meinen Glücksfaktor. Du denkst also an die eine Möglichkeit und sagst ganz schnell eine Zahl, wie glücklich würde dich das machen, zum Beispiel eine 8. Und dann denkst du an die andere Möglichkeit und überlegst, wie glücklich würde mich das machen. Sagen wir mal, du gibst dem eine 5. Und dann nimmst du einfach die höhere Zahl, ohne weiter darüber nachzudenken. Ist das präzise? Natürlich nicht. Ist das mit dem Bauch? Auch nicht. Aber bei leichten Entscheidungen ist es einfach wichtig, dass wir unseren Entscheidungsmuskel, das ist wie so ein Bizeps im Kopf, schnell trainieren, dass er stärker wird. Kann ja nichts passieren. Wenn wir eine Entscheidung treffen, mit der wir nicht ganz so glücklich sind, ja und? Ich wähle zum Beispiel immer das, was ich in einem Restaurant esse, innerhalb von 30 Sekunden. Ich nehme also die Karte und innerhalb von 30 Sekunden treffe ich meine Wahl. Warum mache ich das? Weil ich meinen Entscheidungsmuskel trainieren will. Natürlich muss ich da manchmal was essen, was mir nicht schmeckt, aber das ist es mir wert. Zumindest nicht optimal schmeckt. Aber du wirst sehen, wenn du das eine Zeit trainierst, hast du innerhalb von wenigen Sekunden eine bessere Entscheidung getroffen, als wenn du die halbe Karte auswendig lernst und stundenlang darum studierst. Nichts ist schlimmer für Führungskräfte, für erfolgreiche Menschen, aber auch für jeden Menschen, wenn er sich nicht entscheiden kann. Weil wenn du dich nicht entscheiden kannst, bleibst du klein, schwach und lebst weiter in der Vergangenheit. Sprechen wir jetzt über mittelschwere Entscheidungen. Und meine Tipps, wie du mittelschwere Entscheidungen leicht treffen kannst. Ich frage mich erstens, das ist meine erste Strategie, was ist meine ROE? Das ist eine Abkürzung für Return on Experience. Es gibt ja ROI, Return on Invest und davon abgeleitet Return on Experience. Also was kann ich lernen, wenn ich diese Erfahrung mache? Als ich zum Beispiel unsicher war, das ist jetzt so eine mittelschwere Entscheidung aus meinem Leben, soll ich mir eine Immobilie in den USA kaufen? Da hatte ich viele Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Aber es war für mich klar eine mittelschwere Entscheidung. Also mein Leben hängt nicht davon ab, ist also nicht wirklich eine schwere. Ist auch nichts, was ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch eben mache oder so Glücksfaktor, ja, 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 mache ich, sondern ich habe gedacht, es ist eine mittelschwere Entscheidung. Also habe ich über meinen ROE nachgedacht, Return on Experience. Welche Erfahrung werde ich machen, wenn ich diese Immobilie kaufe? Und sofort war mir klar, dass ich schöne neue Erfahrungen machen würde. Würde nicht immer leicht, muss eine Menge lernen, aber ich würde viel lernen. Selbst wenn ich finanziell hinterher Nachteile haben sollte, weil ich das noch nicht alles so beurteilen könnte, ich würde eine Menge lernen. Und dann haben wir das gemacht, meine Frau und ich. Wir haben das ROE als Grundlage genommen, haben gesagt, ja, wir wollen lernen, deswegen machen wir das. Und dann haben wir weitere Immobilien gekauft und es war eine gute Entscheidung in den USA. Also mein erster Tipp für mittelschwere Entscheidungen, überlege, welche Alternative dir mehr Erfahrung bietet. Was gibt dir mehr ROE, Return on Experience? Die zweite Möglichkeit, wir sind jetzt wieder bei diesen mittelschweren Entscheidungen. Das erste ist dein ROE, welche Erfahrung möchtest du machen? Die zweite Möglichkeit ist ein Wertecheck. Dazu ist es wichtig, dass du aber auch weißt, was deine wichtigsten Werte sind. Und ich empfehle dir dazu, alles aufzuschreiben, was dir im Leben wichtig ist und es dann nach einer Hierarchie zu ordnen. Wenn zum Beispiel ganz oben bei deinen Werten Gesundheit steht, dann wirst du dich anders entscheiden, als wenn da ganz oben Abenteuer steht. So ein Free Climber zum Beispiel, ohne Seil, ohne Absicherung, der hat Abenteuer wesentlich höher stehen als Gesundheit. Es gilt einfach, wenn uns unsere Werte klar sind, dann fallen uns Entscheidungen leicht. Ich empfehle dir, denke nicht zu viel über Entscheidungen nach, sondern mehr über deine Werte. Weil du dann automatisch Entscheidungen treffen wirst. Ich hatte vor Jahren eine unfassbare Chance. Einer der drei größten Verlage der Welt und der USA, die drei größten sind auch in den USA, hatte mir damals angeboten, meinen Bestseller, Der Weg zur finanziellen Freiheit, exklusiv zu vermarkten. Würden mir ein sehr hohes Millionen-Vorschuss-Honorar zahlen. Sie haben mir garantiert, in jeder Talkshow zu sitzen, die damals von Wert war, David Letterman, Oprah Winfrey und so weiter. Es wäre der Beginn einer unfassbaren Karriere auch in den USA gewesen. In Asien bin ich stark, in Südamerika, in vielen Teilen der Welt, aber ich war noch nicht in den USA. Mittelschwere Entscheidung. Hängt nicht jetzt mein Leben davon ab, ist aber auch nichts, was ich so jetzt einfach mal als Bauchgefühl entscheiden sollte. Ich habe abgelehnt. Und weißt du warum? Weil für mich Freiheit ein unfassbar hoher Wert ist. Ich habe auf meine Werte-Hierarchie geguckt, da steht Freiheit ganz oben. Der Chef des Verlags hat damals zu mir gesagt, Bodo will own you for three months. You'll do three months, every day, every hour, exactly what we want you to do. Die wollten mich drei Monate besitzen wie einen Sklaven. Die wollten mir drei Monate, jede Minute, jede Sekunde sagen, was ich zu tun hätte. Die wollten mir ständig sagen, du musst bereit sein und jetzt das und das tun. Das wollte ich nicht. Da brauchte ich keine drei Stunden. Ich habe auf meine Werte geguckt. Ich war mir klar, unfassbare Chance. Meine Werte sind aber wichtiger und wenn mir ganz schnell klar, ich sage, nein, das ist für mich nicht gut. Ich will das nicht. Ich glaube, so eine, vielleicht drei Minuten maximal, in denen ich das klar gewusst habe. Dann habe ich noch ein bisschen überlegt, nochmal auf die Werte geguckt. Zwei, drei Minuten sind rum. Meine Werte sind klar, das Angebot ist unfassbar gut. Aber, weil es eine mittelschwere Entscheidung ist, habe ich dann nochmal gesagt, ich lege das nochmal auf Eis, bevor ich jetzt antworte. Und nach drei Stunden war mir klar, das ändert sich nicht. Mein Werte-Check ist der, ich tue es nicht. Im Übrigen hat sich später herausgestellt, weil wir wissen ja nie, war die Entscheidung gut oder schlecht, dass ich dann noch bessere Angebote aus vielen Teilen der Welt bekommen habe, die sonst so nicht möglich gewesen wäre. Weil die gesagt haben, okay, wenn du in Amerika wärst, dann hätten die auch die Rechte von den anderen Ländern haben wollen. Und so habe ich diese Rechte alle behalten und habe sehr, sehr gute Erfolge erzielt. Habe auch einen sehr großen Return-on-Experience bekommen, weil ich diese Verträge dann mit den einzelnen Ländern selber machen durfte, beziehungsweise eine Firma gegründet habe, die das macht. Die dritte Hilfe, um mittelschwere Entscheidungen zu treffen, ist, frage dich, wie passt das zu deinem Hören selbst? Selbst. Also so ein höheres Selbst, wenn du sagst, das ist mir so ein bisschen zu esoterisch, dann sag, mein 85-jähriges weises Ich. Wie passt das, was du jetzt wählen sollst, die Entscheidung, die du treffen sollst, zu deinem höheren Ich? Du hast ja ein Ziel, wer du sein willst. Und hast so eine Idealvorstellung, wie sich dein Leben entwickelt und wer du dann sein wirst. Und diese Entscheidung, frag dich, wird die dir helfen, dieses höhere Selbst zu werden oder wird es das eher verhindern oder sogar sabotieren? Dabei ist es wichtig, dass du dir einmal aufschreibst, wie du in 10 Jahren oder in 20 Jahren gerne wärst oder vielleicht sogar in 30 Jahren. Und jetzt kommt die Strategie. Du malst dir also aus, wie du in 10, 20, 30 Jahren sein möchtest und stellst dir jetzt vor, wie du dann aussiehst und nimmst bei einer mittelschweren Entscheidung mit dieser Person Kontakt auf. Das klingt jetzt echt spooky, aber ich glaube tatsächlich, einer der besten Ratgeber, die wir haben können, ist unser zukünftiges Ich. Wir müssen uns jetzt nur vorstellen, dass dieser vielleicht 30 Jahre ältere Mensch jetzt mit uns redet und wie er entscheiden würde. Wie gesagt, klingt spooky, aber glaub mir, es funktioniert. Du fragst ihn jetzt einfach, stellt sich einfach älter vor, weise, reich, glücklich, erfüllt, was würdest du machen? Und dann antwortet er dir in Gedanken. Jetzt musst du dafür natürlich ein bisschen Vorarbeit leisten, indem du überlegst, wie will ich denn sein? Was für einen Tagesablauf will ich haben? Mit welcher Familie will ich leben? Wo will ich leben? Wie verdiene ich mein Geld? Was tue ich den ganzen Tag lang? Und was habe ich erreicht? Aber dieser Mensch, dein höheres Ich, kann dir unfassbar gute Ratschläge geben. Warum funktioniert sowas? Weil Zeit keine Linie ist. Das denken wir nur, weil wenn wir auf den Sekundenzeiger unserer Uhr gucken, dann sehen wir, da bewegt sich was. Und dann denken wir, Zeit bewegt sich. Aber Zeit, wie alle Dimensionen, bewegt sich nicht. Wissen wir aus der Physik. Steht still. Wir bewegen uns in der Dimension, so wie wir uns in der Dimension Länge bewegen. Dann laufen wir von hier nach da. In der Zeit, die steht auch still, bewegen wir uns auch. Soll heißen, Einstein hat festgestellt, dass die Zeit gekrümmt ist und dass wir deshalb zu unterschiedlichen Punkten der Zeit Zugang haben. Wir können das mit unserem Kopf nicht richtig verstehen, also ich zumindest nicht. Aber wir wissen aus der Physik, dass es stimmt. Und schon gar nicht wissen wir, wie wir uns auf dieser Dimension, gekrümmten Dimension Zeit bewegen können. Außer durch solche kleinen Übungen, dass wir uns zum Beispiel vorstellen, dass unser zukünftiges Ich uns einen Rat gibt. Mittelschwere Entscheidungen sind für mich solche Dinge wie ein Immobilienkauf, ein super Angebot im Job und so weiter. Und hier macht es Sinn, dass du diese drei Hilfen nutzt, die wir miteinander besprochen haben. Dein Return on Experience, die Erfahrung, die du machen kannst, dein ROE. Welche Werte du hast, ein Wertecheck passt dazu. Und dass du dein zukünftiges Ich befragst. Was würdest du mir raten? Im nächsten Teil sprechen wir über die harten Entscheidungen.